Hey Leute, Topper hier und bevor ich zum eigentlichen Video komme, erstmal ein fettes Dankeschön. Ihr habt es richtig gerockt, über 700 Views auf das Video, was ich zum Patch gemacht habe. Das ist einfach nur der Hammer, finde ich. Und wir haben auch einige neue Abonnenten hier, die ich auch hiermit jetzt herzlich begrüßen will. Und ja, kommen wir zum heutigen Video und das hat auch was mit dem Patch zu tun. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit der Mündungsbremse, die mit Patch 4.2 gekommen ist. Und zwar geht im Moment so ein bisschen die Frage rum, ob diese Mündungsbremse nicht ein bisschen zu gut ist, beziehungsweise nicht so funktioniert, wie sie eigentlich hätte funktionieren sollen. Und genau diese Frage will ich in dem Video aufgreifen und mal ein bisschen analysieren. Dafür habe ich für euch Trefferbilder erstellt mit allen Aufsätzen, die den Rückstoß beeinflussen. Und auch komplett ohne Aufsatz. Und diese Trefferbilder seht ihr jetzt. Kurz zur Erklärung, das linke Trefferbild, das ist die Waffe, wenn sie in Einzelschuss gestellt ist. In der Mitte habe ich kleine Feuerstöße abgegeben, ohne irgendwie den Rückstoß zu kontrollieren. Und das rechte ist ein komplettes Magazin, einfach durchgedrückt. Und da habe ich halt versucht, den Rückstoß zu kontrollieren, so gut es geht. Und wenn wir uns jetzt alle vier Trefferbilder angucken, dann sehen wir natürlich direkt unten rechts die Mündungsbremse, das neue Attachment. Und da sehen wir halt, dass das Trefferbild viel genauer ist, als bei allen anderen Trefferbildern. Insbesondere sticht hier ins Auge das Trefferbild ganz rechts, wo ich ein ganzes Magazin unter Kontrolle des Rückstoßes geschossen habe. Und das zeigt halt, dass unter Einsatz der Mündungsbremse der Rückstoß wesentlich einfacher zu kontrollieren ist, als mit allen anderen Aufsätzen. Und ich meine, das ohne Aufsatz, das habe ich einfach nur gemacht, um mal einen Vergleich zu haben. Das hat mich auch persönlich ein bisschen interessiert. Aber ihr seht, gerade wenn ihr ein ganzes Magazin durchschießt, das ist einfach Wahnsinn. Ihr könnt fast auf einen Punkt schießen mit der Mündungsbremse. Und ich denke, dieser Vergleich zwischen den ganzen Trefferbildern zeigt eindeutig, dass es im Moment, so wie das Spiel im Moment ist, halt keinen einzigen Grund gibt, auch nur irgendeinen anderen Aufsatz auf eine Waffe drauf zu machen, als diese Mündungsbremse. Ich meine, das Trefferbild ist halt einfach mit Abstand das Beste. Und wenn ihr das nötige Ansehen zur Verfügung habt, kauft euch auf jeden Fall für alle Waffen diese Mündungsbremse. Es macht das Schießen und gerade das Schießen auf Köpfe, weil wir wissen alle, es geht um Headshots in diesem Spiel, um einiges einfacher. Das wäre es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Noch einmal ein fettes Dankeschön an alle für das kräftige Einschalten bei den letzten Videos. Ich freue mich, dass ich euch weiterhelfen kann mit meinen Videos, beziehungsweise euch gut informieren kann mit meinen Videos. Wenn ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt und ich euch jetzt neugierig gemacht habe, was sind das für Videos? Checkt meinen Kanal aus, guckt euch ein paar mehr Videos an. Ich mache neben diesen Infovideos zu Patches auch Gameplay-Tipps oder einfach nur ganz einfache Highlight-Videos. Alles rund um Rainbow Six Siege. Ich freue mich schon, euch beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen. Haut rein, euer Topper. Peace. I atac. Ich danke. momentumormale. Das Answer. знаешь mal inowej Halle. Ich danke. H Pow. Gibbsacher. Ich danke. Das答 mess. Ich danke euch,これは gosh.